Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach sowas für Party. Ich mach auch sowas für Party. Hier ist eine Bärenfalle. Das ist sowas für Party. Ja, das war so geil. Wir sind so hardcore. Ich will hardcore. Wir sind so hardcore-igen. Warte mal. 15 mal 6. Was ist 15 mal 6? Hast du gerade das Bedürfnis zu rechnen? Nein, weil hier... Warte, das sind 30. Das sind auch 30. Und das sind dann wieder 30. Das heißt 3 mal 30. Das sind 90. Hier 95. Okay, das heißt, man kann nicht alles vollskillen. Huck mal, Thor, sabbert. Oh, mein braver Thor. Unsere Stumme Schwänzchen. Oh mein Gott, ist das süß. Diese fucking beautiful. Diese fucking beautiful Stumme Schwänzchen. Ja, genau. Wir melden uns zurück mit... Oh, ein Messingschlagring. Hast du die Pagode aufgemacht? Bitte. Die war schon offen. Ich schwör, ich war es nicht. Das vorhin noch... Darum hast du vorhin gefragt, was eine Pagode ist. Ich hab mich noch gewundert. Das war aber eine andere. Das war ganz sicher keine andere. Doch, weil da war... Mein Zeug ist da auch noch drin. Ah, okay, gut. Huch, sie sehen gerade voll riesig aus, weil die seite oben sind. Stimmt. Von hier kommen wir. Moment. Sehe ich noch? Ja. Es ist auf der Karte schon. Ein Stückchen frei, oder? Aber bei mir war es nicht. Oh, komm mal her. Oh, 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 oh. Oh, du brauchst nicht herkommen. Hier ist nichts Wichtiges. Hey. Oh mein Gott, ist hier viel. Oh Gott, oh Gott. Wie... Wie du einfach rumläufst und imaginäres Loot einsammeln. Loot, loot, loot. Erfreut von Loot. Hä? Hatte mein Begleiter nicht irgendwie schon eine Marke? Hatte er das? Oder war das nur Einbildung? Da, da, da. Da, da, da. Was hab ich hier? Goblin-Feldschlange überlegen. Guck mal, ich bin nicht mehr barfuß. Oh ja, tatsächlich. Also, sehenfrei. Hast du endlich die grauenhaften Stiefel abgelegt? Hm. Wofür? Ich weiß hier grauenhafte Stiefel. Ich weiß, ich hab's ja verstanden. Ich bin so unlustig. Oh, guck mal, der arme Tote, der liegt so unbequem. Kann ich nicht besser hinlegen? Nein, ich glaube nicht. Aber es ist sehr nett von dir, dass du so bist. Diese pült sich hier. 71 Schaden, wie machst du? Bam. Alter, meine Ausrüstung wird... Das ist, was ich dir gegeben hab. Ja, meine Ausrüstung wird immer abartiger. Oh, ich kann jetzt diesen neuen Gürtel hier. Runenmeistergürtel. Ah, interessant. Hä, warte mal, wo ist die Runenmeister... Hä? Ach, Runenmeisterhose war das. Hier, 3% schneller Angriff, 3 Teile, 12% mehr Gesundheit. Okay, so toll ist das Set gar nicht. Ach, schade. Naja, gut. Aber es ist selten, deswegen lass ich's mal. Norweit seltenes. Ja, dann bringt es das zu verkaufen. Das ist alles Müll, das ist auch Müll. Das ist wichtig. Ach, gut, ich lass das einfach mal so. Ach, ne Axt noch, Mist. Okay. Weiter! Achso, Moment. Wo gehen wir überhaupt hin? Ähm, uns wird die Quest da unten angezeigt, meine ich. Achso. Ach, hier sind wir wieder am Anfang. Dann hab ich wieder Leben verloren. Ich weiß es nicht. Ah, die Brücke. Ah ja. Oh, guck mal, angelt euch Ding. Oh ja, lass mich allein mit den Typen hier. Ich geh angeln. Du, hm, du Monster. Oh, ich hab einen Fisch. Oh nein, doch nicht. Oh. Hat mir Hoffnung gemacht. Du musst in dem Moment drücken, in dem die Ringe aufeinander sind. Dynamit! Tada! Ich hab einen Fisch. Ein Tunnelhai. Ist ja cool. Was macht er? Ah, Maulwurf-Biest, okay. Ja. Ähm, brauchst du ein Halsband für dein Tier? Ähm, ja. Ähm, mal handeln. Ich habe eins. Das ist zwar nicht zwingend das Beste, aber es ist immerhin mal eins. Ich danke dir. Ich bitte dir. Da war noch ein Feind. Oh, da waren noch viele Feinde. Okay, okay. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Chillt mal, Freunde. Hoppala. Komm her. Sieht ja lustig aus. Ich hab immer einen kleinen Blitzlein. Komm, Blitze. Hier ist nichts. Uah, Hilfe. Ich will wieder, ich hab das ganze Fleisch. Also, das Spiel ist auf jeden Fall nichts für Vegetarier, würde ich sagen. Oh, du bist böse. Ach, hier ist unser Zuhause. Ist es? Ah, ja. Nein. Irgendwo ist es so schön wie zu Hause in deiner versifften Piratenhöhle. Kann man sich ja kein Haus kaufen. Ich meine nicht. Hack'n'Slay bietet solche Features eigentlich nicht. Schädelsenke entdeckt. Cool. Ich senke deinen Schädel. Ah, guck mal, auf dem Altar leuchten Kerzen, die anzeigen, auf welcher Stufe wir sind. Oh, ah, Hilfe. Das ist wieder dieser Altar, aus dem immer neue rauskommen. Oh Gott, nein. Jetzt sind wir bei der dritten Kerze, das heißt, es ist das dritte Level, so gesehen. Ja. Ich hab den halbtot, bevor er überhaupt aufsteht. So, jetzt kommt's, boah, das ist das stärkste Level. In dem, jetzt kommt wieder nur Skelette, was war denn das? Ich hatte jetzt irgendwie mit was Mächtigem gerechnet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So viel Loot. Und wieder alles Müll. Hm. Nein, bei mir gibt's sogar was Gutes. Finde ich schön. Ich hab nichts Gutes bekommen. Hä, hab ich die Goblin? Ach nein, die hab ich hier. Neh, ich mach mal das. Das kann weg. Wie viel macht das? Das kann auch weg. Ein Bogen. Ach, du bist ja keine Schütze. Keine Schützin mehr. Keine Ahnung, wie es heißt. Schützerin. Ja, Schützerin. Oh, guck mal, ich würd auch gern so eine Sensor haben. Wäre cool. Mhm. Oh, da ist ja ein Zombie. Tschüss. Das ist wie Golfspiel mit dem Ding. Guck mal, warte, lass mal alleine draufkloppen. Warte. Aha. Ipolo. Ein bisschen. Oh, was hast denn du da? So eine Kanone. BOOM. Oh, Geld. Der hat aber viel gegeben. Warte mal, was ist hier oben? Verlasse Schädelsenke. So ein Phantomding. Tot, 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 tot. Da kommt wie so ein Minispiel raus. Nein, renn nicht weg. Ipi. Into the face portal. Oh, schon wieder das mit den Spinnen. Äh, ich hoffe nicht. Doch. Oh, schütz. Ah, Hilfe. Du könntest ja auch einfach auf mich warten. Okay, ich sterb gleich. Ich warte, das wird hier auch jetzt härter sein, das Spiel, weil wir ja nicht mal auf normal spielen. Stimmt. Ach du Kacke. Ähm. Bin ich das oder sind die irgendwie schon alle zu? Äh, ich mach grad schon welche zu, aber. Alter, mach dich Schaden. Oh mein Gott. Ja, du solltest dich ein bisschen heilen. Geh weg. Ah, okay, bei mir hängt das nur irgendwie nach. Geh weg von mir. Oh mein Gott. Mein Albtraum. Oh, diesmal geht's aber echt schnell. Ich bekomm heute noch Albträume von den Viechern. Oh. Denkt daran, dass gleich noch die Nestmütter kommen. Ja, ich muss aber so ein Giftfläschchen nehmen, aber irgendwie kann ich das nicht haben. Warum auch immer. Vielleicht hast du schon eins. Ah nein. Ich kann ja auch dein Giftfläschchen verbrauchen. Hä? Hier ist doch schon alles zu. Ja, wir müssen noch die Spinnen töten. Oh. Tod. Ach nein, hier unten ist noch eins. Guck mal. Ach so, Tatsache. Gar nicht gesehen. Tod. Geh weg. Iiii. Und hier ist noch eins. Oh. Heute ist irgendwie nicht unser Tag. Sack. Ah, Hilfe. Ah, iiii. Iiii, geht weg von mir. Weicht von mir. Hui. Oh, das ist so geil. Oh, da, 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 da. Alles meins. Boah, da, 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 da. Gab's irgendwas Gutes? Oh, ne neue Weste. Oh, die ist nicht schlecht. Flammenglutstein kommen. Oh, halt doch, warte, die ist nicht so. Kolonisten gab's und stammelt. Stufe 11, Fokus 12, Vitalität 16. Möchtest du ein Flammenglutstein haben? Weil ich will ja eher auf Blitz oder Eis gehen, daher. Äh. Ich wüsste jetzt nicht. Ich tu ihn dir irgendwo in der Rüstung. Dann hast du Feuerresistenz. Schön. Weil ich persönlich, ich hab keinen Sockel gerade an meinen Waffen. Ach so. Ich hab an meinem großen Stab vier Sockel. Oh, 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 oh. Voll der Imbar-Stab. Der Hammer. Also, hier verbrauch ich auf jeden Fall mehr Tränke. Ja. Und irgendwie hatte ich heute schneller als du, kann das sein? Kann sein. Upsa. Ich hoste ja die komplette Map. Es geht ja letztendlich, aber... Der Computer, nur weil bei dir dann gestern wahrscheinlich das Internet gesponnen hat, hast du nicht downloaden können. Oder dein Computer ja so gesehen besser ist. Mhm. Denke ich, dass, ähm... Das einfach daran lag. Dass du jetzt schneller lädst. Weil ich mein, gestern warst du ja echt ewig im Ladebildschirm. Ja. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Was? Hoh! Die Bäschenbauten, das klingt doch vielversprechend. Wir haben dort hinten einen Dungeon nicht gemacht. Sicher? Ich glaube. Okay, dann gehen wir gleich zurück. Weil ich glaube, auf dem Schwierigkeitsgrad brauchen wir ja jeden Dungeon, den wir irgendwie kriegen können. Oh, Hilfe, 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 das soll ich schlaue ich dir allein reinzugehen. Oh. Ja, lauf doch in Fallen, warum nicht? Oh, oh Gott. Oh, jetzt habe ich meine Passive entdeckt. Komm, 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 komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, ja, gleich. Hier ist ein Kriegshürer. Bist du in Gefahr? Nicht ein unmittelbarer, aber ja, bin ich. Guck mal hier. Oh. Ein Eliteschmied. Stenbrunn. Oh, okay, der war jetzt gar nicht so stark, wie ich dachte. Eliteschmied, verzaubertes Feuerschwert. Bin ich gerade gestorben? Oh Gott, ich dachte gerade schon. Hä, nein, wieso? Ich weiß nicht, irgendwie war ich plötzlich so weg. Oh, guck mal hier, ein Zeichenskoffer. Rüstungszeichen. Rüstungszeichen? Eine Quest haben wir abgeschlossen, okay. Oh, oh, okay. Nice. Ja, klar, ich wusste, dass das passiert. Ja, absolut. Ich meine, ja. Das war vorhersehbar, hallo. Was hast du gedacht? Ich bitte dich, Frau. Ähm, wir wollten aber kurz zurückgehen. Einen Moment, ich glaube, ich habe irgendwas bekommen und weiß nicht, was es ist. Nee, keine Ahnung. Ich habe übrigens eine Hose mit plus zwölf Mana, falls du die brauchst. Äh, oh. Hoppla. Ah, immer drück ich aus Versehen auf Q. Ach, was ist Q? Hä? Was ist Q? Nichts. Achso. Achso, wegen League of Legends. Ja. Da siegst du mal. Das ist ganz, das ist ganz schlecht für dein Gehirn. Oh, ein Felsen? Was ist schlecht für mein Gehirn? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Warte, wir wollten zum Dank schon. Ah, Hilfe. Ah, 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 ah. Ich komme, ich komme, ich komme. Die machen Feuer. Ich mache dich auch gleich Feuer, ich hole mir auch, ich hole mir auch, ich hole mir, das liegt. Hier unten liegt was. Und was ist da noch? Ein Gehaltsversteck. Die Map ist ja riesig. Ach du Kacke. Oh, Level C. Sehr schön. Das ist eine Timespannung. Das ist ein Gehirn. Bis dahin.